Januvakra Shalabhasana ist die Heuschrecke mit gebeugten Knien. Eine Übung, die gerade für Anfänger leichter ist, wenn du eben die Arme unter den Körper gibst, dann die Knie etwas beugst und dann die Knie etwas hebst. Viele Anfänger machen das sowieso von selbst. Oft werden sie dann von Yoga-Lehrern korrigiert, man die Beine gestreckt halten und zusammen. Das ist eben auch anstrengender. Aber wenn dir die normale Heuschrecke schwerfällt und dich nicht motivieren kannst, diese zu machen, dann mach am besten Januvakra Shalabhasana oder sogar Prasarita Januvakra Shalabhasana. Das heißt, die gespreizten Beine mit gebeugten Knien in der Heuschrecke und das ist oft etwas leichter als die Grundstellung.